Das Glück der Unerreichbarkeit von Miriam Meckel. Es lesen Anne Will und Miriam Meckel. Lästige Erledigungen verschiebe ich gerne. Seit Wochen fehlte mir ein Halogenlämpchen. Abends war die rechte Seite meines Schreibtisches nur noch dunkel. Schließlich fuhr ich an einem Samstagmorgen mit der U-Bahn in die Stadt und stieg am Neumarkt aus. Direkt auf der anderen Seite des Platzes befindet sich eines der großen, alteingesessenen Lampen- und Elektrogeschäfte von Köln. Dort haben sie eigentlich alles. Es gelang mir noch, die Straße zu überqueren, da klingelte mein Mobiltelefon. Es war die Hausverwaltung, die mich tags zuvor nicht erreicht hatte, um mit mir zu klären, ob ich einen Nachmieter für meine Wohnung gefunden hätte. Hatte ich, ja, ich würde ein Fax schicken mit den Unterlagen, ja gut, dass das jetzt alles geregelt ist, das ging schnell. Ich hatte das Handy noch nicht wieder verstaut, da klingelte es nochmal. Diesmal war es ein Kollege. Hast du kurz Zeit, fragte er. Es müsse dringend die Gliederung des gemeinsamen Aufsatzes besprochen werden. Eine Minute, sagte ich und meinte, keine Minute. Ich war unter Zeitdruck. Außerdem ist es prinzipiell unsinnig, ein anspruchsvolles Thema zwischen Tür und Angel zu besprechen, im Lärm der Stadt, das Quietschen der Straßenbahn im Hintergrund. Ich bat dann doch noch um Aufschub und erklärte meine Situation. Er wollte keinen Aufschub gewähren, habe er doch nur die nächsten drei Stunden, um seinen Teil des Artikels zu schreiben. Dann müsse er nach Paris fliegen und dann nach London und dann sei der Abgabezeitpunkt verstrichen. Ich diskutierte also geschlagene 20 Minuten, mitten auf der Straße die Gliederung und die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Aufsatzes. Zwischenzeitlich musste ich ins Telefon schreien, denn es wurde immer lauter um mich herum, die samstägliche Einkaufswelle war längst angerollt. Als das Gespräch endlich beendet war, entdeckte ich einen kleinen gelben Briefumschlag auf dem Display meines Mobiltelefons. Zwei Nachrichten waren während des Telefonats eingegangen. Die erste erinnerte mich daran, dass ich bereits seit zehn Minuten im Café an der Apostelnstraße hätte sitzen müssen, weil ich dort verabredet war. Wann kommst du denn? Warten hier. Die zweite Nachricht lautete, meldest du dich heute gar nicht? Es war 11.10 Uhr an einem Samstagvormittag. Ich hatte mich bislang nicht gemeldet. Der Tag hatte noch zwölf Stunden und fünfzig Minuten, aber an der privaten Front war er bereits kommunikativ verloren. Genau in diesem Moment piepste mein Blackberry, um mich an eine Telefonkonferenz zu erinnern, die ausnahmsweise auch am Samstagmorgen möglich sein sollte, denn es gab drängende Probleme. Ich hatte auch einige. Dieses Telefonat hätte bereits in dem besagten Café stattfinden sollen, nachdem ich das Halogenlämpchen gekauft, ein Weilchen nett mit meinen Freunden geplaudert und einen Kaffee getrunken hatte. Nun fand auch die Telefonkonferenz auf dem Bürgersteig vor dem Lampenladen statt. Ich war sauer auf das Gerät, das zu dem Zeitpunkt piepste, den ich selbst festgelegt hatte. Ich war nass geschwitzt, denn es waren fast 30 Grad und das Mobiltelefon klebte an meinem Ohr. Menschen drängten sich an mir vorbei und redeten rücksichtslos in voller Lautstärke, obwohl ich dort telefonieren musste. Mehrfach überkam mich die unbändige Lust, den anderen Teilnehmern der Telefonkonferenz das Wort abzuschneiden und eine knappe und präzise Zusammenfassung zu präsentieren, um endlich den Gehsteig verlassen zu können. Als das nach mehreren Anläufen nicht gelungen war, legte ich einfach auf und stellte mein Mobiltelefon ab. Über den Blackberry schickte ich schnell eine Mail an einen Kollegen, der noch an der Telefonkonferenz teilnahm. Mein Akku schmiert ab, bitte entschuldige mich bei den Teilnehmern. Ich dachte, wenn jetzt noch jemand anruft, bringe ich ihn um. Dann betrat ich den Lampenladen. Eine ältere Verkäuferin steuerte auf mich zu. Was kann ich für sie tun? Ich kramte mein kaputtes Halogenlämpchen aus dem Rucksack und hielt es ihr hin. Das haben wir nicht, sagte sie gut gelaunt. Sie sind doch ein Lampenladen, fragte ich spitz. Jawohl, antwortete die Frau. Und sie verkaufen Lampen und Zubehör? Ich nahm selber meine leicht gepresste Tonlage wahr. Jawohl, wiederholte die Frau und ließ sich nicht in ihrer guten Stimmung beirren. Aber sie haben keine Halogenlampen? Fragte ich fast schon kreischend. So is it, die Hammernisch. Ich verspürte ein Beben in mir. Dann sagte ich zu der freundlichen älteren Dame, Schlampe, drehte mich auf dem Absatz um und verließ das Geschäft. An jenem Tag habe ich festgestellt, dass ich etwas ändern musste. Etwas war mit mir während der vergangenen Jahre geschehen. Ich war zu jener Spezies Mensch mutiert, die angeblich alles gleichzeitig kann. Ich war geworden, was ich nie sein wollte, ein Simultant. Irgendwann in den zwei Jahren vor dieser Szene im Lampenladen muss es einen Punkt gegeben haben, den ich selbst nicht bemerkt habe. Den Zeitpunkt nämlich, als die Kommunikationsanforderungen, die von außen an mich herangetragen wurden, begannen, meine eigene Lebensgestaltung zu bestimmen und meine eigene Kommunikationslogik zu überlagern. Als ich anfing, auf Informationen nur noch zu reagieren, statt nach meinen Wünschen und Vorstellungen zu kommunizieren. Als die kommunikative Vernetzung Wert an sich geworden war und nicht mehr Mittel zum Zweck der Verständigung. Als ich zuließ, dass die Technik mein soziales Leben bestimmt und nicht umgekehrt. Ich war immer online, immer auf Stand-by und immer erreichbar. Aber ich war eigentlich nie mehr richtig da. Wohlwollend betrachtet war ich zu einem Exemplar der Spezies Mensch geworden, die einen neuen Lebenstrend definiert. Das virtuelle, mobile Ich. Immer unterwegs, immer mit den neuesten Informationen versorgt, immer vernetzt mit anderen, die gleiche Interessen und Ziele haben. So jedenfalls versteht sich die digitale Bohème, die man in den Cafés in Berlin-Mitte beobachten kann. Da sitzen sie, junge Menschen, die dank Internet und digitaler Technik dem Traum vom selbstbestimmten Arbeiten offenbar sehr nahe kommen. Sie haben sich von den klassischen Lebens- und Arbeitsräumen emanzipiert, wozu noch ein Büro nutzen, leben und arbeiten in wechselnden Gemeinschaften und brauchen dazu nicht mehr als einen Laptop mit Internet und ein Handy. Das Motto dieser Generation lautet Leben ist da, wo ich Netz habe. Der Reiz dieser Lebensform jenseits der Festanstellung mit stationärem Arbeitsplatz und Bürostuhl liegt auf der Hand. Wer findet es nicht schön, beim Milchkaffee mit Freunden in einem Trendcafé interaktiv an einem Text, einem Grafikkonzept oder anderen Produkten der digitalen Wirtschaft zu arbeiten. Kritisch betrachtet war ich zum Sklaven meiner technischen Vernetzung geworden. Ich bekam durchschnittlich 250 E-Mails pro Tag, die meisten über den Blackberry, dieses Handtellergroße Gerät, das den mobilen Empfang von E-Mails an jedem Ort und zu jeder Zeit möglich macht und gleichzeitig Telefon, elektronischer Kalender, Adressverzeichnis und Notizblock ist. Ich hatte eine Handyrechnung von mehreren hundert Euro pro Monat, weil ich nie zu Hause war und alle Gespräche mobil von unterwegs erledigte. Und ich arbeitete mehr als zwölf Stunden am Tag, regelmäßig bis in die Nacht hinein. War mein Arbeitsvolumen plötzlich so gewachsen? Eigentlich nicht. Verschiedene Dinge hatten ineinander gegriffen und mich und mein Leben verändert. Weil ich immer erreichbar war, hatte ich keine Pausen mehr, um mich zu konzentrieren und wichtige Dinge wirklich zu durchdenken. Weil ich mir keine Zeit nahm, mit anderen in Ruhe und ohne Zeitdruck zu sprechen oder zu telefonieren und die anderen sich diese Zeit auch nicht nahmen, gelang es selten, die Dinge zu Ende zu besprechen und eine wirkliche Lösung zu finden. Weil ich permanent auf alle Kommunikationskanäle achtete und sie alle gleichzeitig bedienen wollte, ließ ich mich dauernd in meiner eigentlichen Arbeit unterbrechen. Als Simultant war ich nicht mehr bei mir und selten bei denen, die meine Aufmerksamkeit gerne für sich in Anspruch genommen hätten. Eine verfahrene Situation. Ich wollte sie ändern. Nur wie? Was tut man in einer solchen Lebenslage? Man beginnt, von der extremen Gegenbewegung zu träumen. Mir fiel Dr. Murke ein, der kauzige Hörfunkredakteur aus Heinrich Bölls Erzählung Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. Er zeichnet im Rundfunk Gespräche mit bedeutsamen Menschen auf und schneidet daraus Teile für seine eigenwillige Sammlung. Keine bedeutsamen Aussagen, sondern das Schweigen. Jene Sekunden, in denen der Gast im Studio einmal nichts sagt. Diese Partien fügt er aneinander und hört sich das Ergebnis immer wieder an. Seine Umwelt findet Dr. Murkes Steckenpferd absurd. Aber wer ständig dem Sprechen und Hören verpflichtet ist, für den wird das Schweigen zu etwas Besonderem. Die Stille wird so kostbar, dass man sie sorgsam sammelt und konserviert. Immer online, immer im Prozess des digitalen Austauschs und häufig genug Geplappers gefangen, sehnen sich heute viele nach Ruhe und Abgeschiedenheit. Und selbst dafür gibt es im Netz mittlerweile einen Ort. Wer den Kontrapunkt zum Nachrichtenstrom, zum digitalen Grundrauschen sucht, der findet im Netz die Seite www.alleiner.de. Auf dieser Seite gibt es keine Fotos und Grafiken, keine Pop-Ups, keine Links, keine bunten Animationen und keine weiterführenden Informationen. Eigentlich findet sich hier nichts, außer einem kleinen Begrüßungstext. Entspannen Sie sich. Hier müssen Sie nichts tun. Sie melden sich nicht an, Sie laden nichts hoch, Sie kommentieren nicht, Sie knüpfen keine Kontakte. Niemand beobachtet, was Sie tun. Sie sind allein. Folgt man der abschließenden Aufforderung, nach unten zu scrollen, hat man vor sich nur noch den schwarzen Bildschirm. Das ist eine schöne Idee für einen Ausnahmemoment. Für die Bewältigung des ganz normalen Alltags hilft das wenig. Zen-Meditation, Schweigen oder die Verweigerung, im Internet das zu tun, was man dort normalerweise macht, all das sind Gegenentwürfe, die einem das Grundproblem der Informations- und Kommunikationsüberlastung bewusst machen und kurzzeitig Entlastung schaffen können. Letztlich aber müssen wir andere Wege finden, um das Leben in der mobilen und vernetzten Gesellschaft selbstbestimmt und konstruktiv zu gestalten. Denn eigentlich wollen wir ja vernetzt sein. Wir wollen nur nicht den Überblick verlieren und wir wollen nicht ständig in der Pflicht zur Kommunikation stehen. Unsere technische Vernetzung spiegelt die Wirklichkeit der modernen Gesellschaft wider. Wir arbeiten mit Informationen und in Kommunikationsprozessen. Dies ist ein Ergebnis des technischen und sozialen Fortschritts. Die Vorteile, die darin für uns liegen, wird niemand ernsthaft bestreiten. Am Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement der Universität St. Gallen führen wir zu dieser Frage ein Forschungsprojekt durch. Die bislang vorliegenden Ergebnisse zeigen, die Möglichkeiten der umfassenden mobilen Kommunikation können die individuelle Produktivität und die eines Unternehmens steigern. Für unsere Wirtschaft gilt, Ideen und Kreativität werden die wichtigsten Wirtschaftsgüter des 21. Jahrhunderts sein. Die Arbeit damit braucht Informationen und gelingende Kommunikation. Es geht also nicht darum, sich von dieser Vernetzung abzuschneiden, um mit den Problemen fertig zu werden, die sie uns eben auch bringt. Denn die mobilen Kommunikationstechnologien erleichtern und bereichern unser Leben. Ich halte per SMS Kontakt zu fernen Freunden und zu meiner Familie. Ich kann mich spontan für den Abend verabreden, wenn er unerwartet frei wird. Ich schicke Liebesgrüße und Lebenszeichen, die ohne diese Technologien erst nach Tagen ankommen würden. Das alles möchte ich nicht missen. Aber ich möchte auch die Zeiten nicht missen, die nur mir gehören. Die es mir erlauben, zu denken, zu pausieren, mich ganz und gar auf einen anderen Menschen oder eine bestimmte Frage zu konzentrieren. Das wird wieder möglich, wenn es gelingt, die Exzesse der technischen Vernetzung zu vermeiden. Sie sind es, die Probleme in unser Leben bringen. Und sie sind es, die uns in die Kommunikationsfalle laufen lassen. Zwei grundlegende Einsichten helfen, wieder zu den richtigen Prioritäten zurückzufinden. Erstens, wer technisch angeschlossen ist, ist nicht zwangsläufig auch sozial angebunden. Zweitens, wer immer erreichbar ist, ist eigentlich für nichts und niemanden wirklich da. Früher gab es Phasen, für die sich die Gesellschaft auf eine Kommunikationspause verständigt hatte. Zweitens, wer immer erreichbar ist, zu dem,